Kommt Johann, Raúl! Wahnsinn! 33. Spielminute, Raúl trifft ein zweites Mal und er trifft nicht irgendwie. Er macht kein Abstaubertor. Raúl zaubert den Ball ins Tor. Schauen Sie sich das an. Eine Menge Instinkt, eine perfekte Technik, ein Weltklasse-Fußballer macht zusammen 3 zu 1 für Schalke. Der Schuss, mit dem niemand rechnet. Sattelmeier, wie beim 1 zu 2, noch mit der Hand dran. Rauskratzen kann er ihn nicht mehr. Und wenn das, was hier passiert, ein Vorgeschmack auf die Bundesliga-Saison ist, dann hat Schalke 04... ...